Die Jury hat ein paar Änderungsvorschläge gemacht. Die wollten, dass ich ihn besser durchstrukturiere. Der Song war lang, sie musste am Text arbeiten, sie sollte an der Musik arbeiten. Ich kann ja nicht mal einen Vierteltakt zählen. Also es war ja Kraut und Rüben. Ich war sehr nervös, als ich meinen Song beim ersten Mal vorgespielt hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin platt. Lina hat mich wirklich berührt, also ohne Übertreibung. Das war pure Gänsehaut. Wir versuchen den Song mal zu interpretieren. Dann sehen wir, ob das in Time klappt. Das ist voll gut. Jetzt habe ich das gute Gefühl, morgen vor der Jury aufzutreten. Ich hab dich vorher nicht bemerkt. Doch als ich dich dann sah. So cool, so wunderbar. Ich fühl mich dir so ohne seine Blicke. Ich hab, glaube ich, so ein oder zwei Wörter weggelassen. Aber das hat anscheinend keiner gemerkt. Doch, Nikolai hat's gemerkt. Das hat mich berührt. Du bist so überlässig. Und mein Herz ist mir verrückt. So, oh, 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 oh. And now I'm free. Get out. Das war schon cool da oben auf der Bühne. Es hat Spaß gemacht, ins Publikum zu gucken. Und auch auf die Jury und auf die anderen Kandidaten. Und wenn ich nicht aus mir rauskrieg. Und ich nicht aus mir rauskrieg. Und ich nicht aus mir rauskrieg. Denn immer, wenn ich dich wiederseh, macht mein Herz nen riesengroßen Sprung. Oh, immer, wenn ich dich wiederseh, dann macht mein Herz nen riesengroßen Sprung. Dankeschön. Also ich bin ja so ein bisschen verliebt gerade. Freaking out, wir sind alle ausgerastet, das Publikum ist ausgerastet, ja, nein, warte mal, ich bin noch dran, ich bin noch dran. Also das Feedback kam sehr gut an bei mir. Das ist so rübergekommen, diese Energie und wie das ist, verliebt zu sein und das nicht richtig sagen zu können, aber man muss, sonst platzt gleich aus einem raus. Bin am Ausrasten, am Freaking out. Ich, ich, ich werde nur dir sagen, dein Auftritt und dein Song sind total Chaka Chaka. Also auch wenn das Feedback jetzt mehr oder weniger positiv war, ich weiß, dass das von den anderen auch positiv war und deswegen kann ich das nicht so ganz einschätzen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das ausgehen könnte.